Coole Websites, wer da nicht langweilig ist. Nummer 1 Windows Swap. Hier seht ihr Streams aus Fenstern von Leuten auf der ganzen Welt. Zum Beispiel Marokko, USA, Portugal und vielen weiteren. Nummer 2 Perfect Circle. Hier müsst ihr versuchen, einen perfekten Kreis zu zeichnen. Je besser er ist, desto höher die Punktzahl.